Ah, wo sind sie denn? Oh, da hast du gesehen. Milliarden von denen da oben. Naja, mit der könnte ich das zumindest halbwegs einständig klären, denke ich. Ich muss schauen, dass ich hier nicht out of ammo gehe. Also immer was in meinem Magazin habe. Ja, das hatten ja auch schon viele gesagt. Fusionszelle? Na, mit der Bläserpistole bin ich aktuell etwas unzufrieden. Oh, da wollte ich noch gar nicht lang gehen. Oh, 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 oh. Das habe ich wieder. Ach, manchmal. Ich musste echt aufpassen, dass wenn ich... ...dass wenn mein Herz anfängt zu schlagen... ...dass ich mich heilen sollte. Na toll. Hätte ich eigentlich ruhig mal... ...habe ich das irgendwie... Boah, hier mit stylischer Action-Einlage. Das wäre natürlich wesentlich sinnvoller, wenn ich das Ganze einfach... ...aber die Dandy-Boy-App... ...dreckiger Ödländer. Na, eingelegtes Fleisch. Ich muss einfach mal ein bisschen was... ...ein bisschen was essen. Es gibt nur alles hier, den Haufen... ...äh, ey, komm, bleib mal freundlich, bitte. Ups. Das tut mir sogar leid. Mach ich das schon. Ach, ich liebe es. Das ist, äh... ...das ist genau mein Humor. Oh, 45 Kapitrone, 32 Stück. Weil, wie viele sind denn da oben, ey? Das ist ja echt der Hammer. Da bin ich doch noch 5 Wochen beschäftigt. Ich muss schnell speichern. Okay. Kopfschüsse mit dem Teil machen auf jeden Fall wesentlich mehr Damage. Wesentlich mehr Damage. Ah, okay. Was haben wir hier? Mylock-Flash. Eine Muter-Beere. Okay, die hebe ich mir mal noch auf. Irgendwas mit ein bisschen Red-Beseitigung. Oh, schön. Stim-Pack. Hey, das lohnt sich sogar richtig. Das lohnt sich doch sogar richtig, ja. Mal schauen, wo haben wir jetzt hier die nächsten Gegner? Vielleicht guck doch mal auf die... ...auf die Karte da unten, wie viele das bitte sind. Aber weißt du, das... ...ähm... ...das Runner-Signal wird auch immer stärker. Boah. Den wir jetzt echt mit ein... ...nein, den Raketenwerfer kann ich sogar echt mal mitnehmen hier. Da muss ich was schauen, dass ich... ...wann mal hier so ein Teil in den Hals. Das Räumen muss ich ein bisschen ausräumen. Aber den Raketenwerfer... ...weil da habe ich ja echt noch extrem viel... ...das ist ja Jagdgewehr. Äh, nee. Jagdgewehr, Kampfgewehr. Die habe ich da einfach mal so aufgesammelt, oder? Ist doch nichts, was ich aktuell tatsächlich brauche. Der Raketenwerfer. Oh, packen wir den einfach auf die Null. Hm. Da versteckt sich noch ein Geschütz. Können wir das mit... ...kann man das ganz gut? Okay, da oben geht's weiter. Weil, was man ja... ...was man ja wirklich mal festhalten muss, ist, dass die... ...dass die, äh... ...Gunner irgendwie extrem ineffizient sind. Wenn ich mir überlege... ...wie viele ich hier von denen schon zerlegt habe... ...legend... ...legendärer Gegner ist mutiert. Okay, wo ist er denn? Besteht nicht irgendwie Fusionszelle? Stimpack. So. Die... Naja. Läuft vorbei. So. Der ist auch erledigt. Ey, also wirklich, wie viele das hier sind. Immerhin ein bisschen 10mm Munition. Und die schaffen es echt nicht, diesen... ...diesen... ...diesen Runner hier zu zerlegen. Und ich soll das einfach mal machen, so ganz nebenbei. So aus dem Stehgreif. Ach, naja. So, wo geht's denn jetzt weiter? Der jagt das Mädchen? Was ist denn für ein Mädchen, bitte? Fuck, 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 fuck. So, aber viel weiter noch... Ach ja, es gibt noch eine Tür. Naja, dein Tod. Glaube ich. Sofern er den trifft. Ja, er trifft. Aber schön, da habe ich ja vorn so wieder richtig gut Munition bekommen. Für die 10mm. Oh, ein Reagenzglas. Das würde ich... ...blos brauchen, wenn ich irgendwas einschmelzen wollte. Okay. Das ausgeräumt. No, das Militär bei Reparock jetzt war nicht gerade unbedingt. Dann haben wir noch irgendein Terminal. Zwei Stimpaks. Sehr geil. So, da oben ein... ...ein Gunner-Soldat. Nichts, was ich nicht mit ein paar Kopfschüssen klären lassen würde. Der hat echt... ...Kopf aus Stahl. So. Okay, die Nächsten warten schon. Da oben. Das tut doch weh, sowas. Hör doch mal auf, bitte, damit. Das tut doch weh. Darf ich bitte deinen haben? Dort nehme ich zum Beispiel so, ungefähr. Okay. Dann mal schnell speichern. Und vor allen Dingen muss ich looten. 5,56mm Munition. Vor allen Dingen bin ich echt mal gespannt, was das für ein... Oh, hier gibt es noch ein Haufen Zeug. Irgendwie. Gucken, was ich noch schönes haben. Werkzeugkasten. Ich bin vor allen Dingen echt mal gespannt. Oh, das Signal wird gerade stärker. Na, komm schon. Habe ich meine H-Klammer zerstört? Ah, so ein kleines... ...ganz kleines Mühe hat noch gefehlt. Cool. Haben wir noch irgendwas? Nein. Nichts mehr? Okay, da gehen wir weiter nach oben. Aha, Musik. Musik bedeutet nichts Gutes. Warum bin ich denn so beleuchtet? Ii, was ist das denn? Achso, dachte ich gerade, ich sehe den Außeröder. Schau rum. Irgendwas Fieses. Aber schön, ich bin hier der Star. Hey, gibt es hier oben gar nichts mehr? Ach, ein Fahrstuhl. Na, wie geil. Ich bin echt auf den Runner gespannt. Der Typ muss doch einfach nur tierisch die Hölle sein. Okay, das sieht, äh, interessant aus. Terminal in Sperren auf Meister. Kann ich nicht mithalten. Was beleuchten die denn hier? So, ein verbessertes Schloss. Kann ich das schon knacken? Ja, ich kann das sogar schon knacken. Ach ja. Da ist echt nur so ganz, ganz kleines Mühe, was hier fehlt. Das muss ja in eine andere Richtung. Ah, schön. Na, vielleicht bekommen wir hier noch ein bisschen Munition. Eine Red X. Noch mehr Red X. Oh, ein Fusionskern. Schön. Ich hätte natürlich meine Power-Rüstung ja auch anziehen können. Ach, aber wir machen das einfach alles ohne Power-Rüstung. Das ist eh viel, viel truer. So, der arme Kollege hier ist während seiner Forschung Better safe than sorry. Don't worry. Ohne Kopf hast du das Problem sowieso nicht mehr. Ist das die Stimme von Schwarzenegger? Rattengift, geil. Wo sind die denn? Ich tue dir auch nichts, meinst du? Ich tue dir auch nichts. Ich glaube nicht, mein Freund. Ah, Leguan am Stiel. Oh, geil. Noch schön so kurz vorm Tod was wegsnicken. Bist du wegen der Sünd hier? Ja, bin ich. Ich bin hier, um der Sünd zu helfen. Und du glaubst, dass ich sie dir überlasse. Du bist mir gefolgt. Was willst du wirklich? Tja, ähm, ich hätte gerne den Runner-Chip. Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Das sagt er einfach so. Wie kann der sich... Kann der sich auch noch, ähm... Oh, toll. Wollen wir mal gucken. Vielleicht... Wie bekommen wir das ja... So geklärt? 45 Raketen? Alter, was ist denn hier los? Das natürlich, wenn der so unsichtbar ist, macht das nicht so viel Spaß. Da, das ging direkt in den Kopf. Einmal durch. Hat er sich geheilt? Der Feind meines Lebens. So, da stellen die mir auch noch so einen, ähm... So einen Typen hier hin. Na los, komm. Zeig dir eine rüber. Das muss der nachladen. Ich gehe fest. Wenn die sich verstecken können, ist das... Einfach kacke. Also so, äh... Ich meine, so unsichtbar machen natürlich. Aber ich glaube, der Raketenwerfer funktioniert ganz gut für den. Auch wenn das vielleicht ein bisschen Overkill ist. Oh, wenn das vielleicht ein bisschen Overkill ist.